Es ist eins der traurigsten und dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Kelly Family, das Abtauchen und der Tod von Barbie Kelly 45. In der NDR Talkshow erinnert sich Joey Kelly mit traurigen Worten an seine kleine Schwester zurück. Joey Kelly, es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt. Am Freitag, 9.8, ist der Musiker und Extremsportler in der NDR Talkshow zu Gast und erinnert sich an das legendärste Konzert seiner Kelly Family zurück, Vor genau 30 Jahren spielen die bisherigen Straßenmusiker vor der ausverkauften Westfalenhalle, der Durchbruch. Doch Joey Kelly, 51, blickt auch auf den traurigen Tod seiner Schwester Barbie Kelly 45, zurück, und bewegt mit emotionalen Worten. Vor zweieinhalb Jahren ist meine kleine Schwester gestorben, Barbie, und das einzige Positive, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich festgestellt habe, Es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt. Die traurige Geschichte von Barbie Kelly 45 Barbara N. Kelly war Teil der Kelly Family, die ab der 80er Jahre als Straßenmusiker durch Europa reiste. Sie wurden nach ihrer Mutter Barbara benannt und erhielt zur Unterscheidung von dieser den Spitznamen Barbie. Die ältere Schwester von Michael Patrick, Maite und Angelo Kelly spielten neben dem Gesang Gitarre, Akkordeon sowie Kongas, steuerte zudem Tanzeinlagen bei. Sie blieb jedoch meist im Hintergrund. Ab dem Jahr 2000 trat sie jedoch nur noch sporadisch auf und zog sich ab 2002 nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Nachdem sie Ende 2012 einen Kurzauftritt mit einigen ihrer Geschwister absolvierte, enthüllte ihr Bruder Jimmy via Social Media, dass sie seit 1999 an einer nicht näher benannten psychischen Krankheit leide. Ich möchte euch mitteilen, dass Barbie seit vielen Jahren unter einer psychischen Krankheit leidet, die es ihr nicht möglich macht, alleine zu leben, für sich zu sorgen oder Verantwortung über ihr eigenes Leben zu tragen. Sie muss unter ständiger Aufsicht sein. Es handelt sich bei dieser Krankheit um eine ernste Angelegenheit, die seit Jahren mit starken Pharmazeutika und unter ärztlicher Aufsicht behandelt wird. Barbie wurde von Pflegeeltern betreut. Im Herbst 2020 wurde von Gioi ein Instagram-Account unter ihrem Namen eröffnet, auf dem nur zwei Fotos geteilt wurden, ein Versuch, die zahlreichen Fake-Accounts im Netz einzudämmen. Mit weiteren Bildern konnte der Account nicht mehr gefüllt werden, denn am 15. April 2021 starb sie an einer Lungenembolie. Extrem-Sportler Gioi Kelly, diese Lehren zog er aus Barbies Tod. Die Erkenntnis, wie vergänglich alles sein kann, wenn man mit gerade mal 45 Jahren aus dem Leben gerissen wird, hat bei Gioi Kelly offenbar zu der Erkenntnis geführt, dass er jeden Tag nutzen muss, als sei es sein letzter. Und so hat der vierfache Vater so ziemlich jede sportliche Challenge der Welt gemeistert. Laut NDR absolviert er acht Ironman Triathlons in einem Jahr, läuft über 50 Marathons, bereist mit Markus Lanz und bei minus 40 Grad zu Fuß den Südpol und rennt über 300 Kilometer durch die Wüste. Auch seine Familie hat Gioi mit seiner Abenteuerlust angesteckt. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern hat er die Panamericana bereist, eine 30.000 Kilometer lange Strecke von Kanada bis Feuerland. Mittlerweile restauriert er den legendären Kelly-Family-Bus, berichtet er den Moderatorinnen Bettina Tietjen und Laura Larson. Bittere Erkenntnis, das hängt mir immer noch nach. Trotz großer Erfolge ist sein Verhältnis zu Geld dennoch von seinen früheren Kindheitserfahrungen geprägt, als die Familie noch arm war. Ich fahre kleine Autos, ich ziehe immer die gleichen Sachen an, safety first. Wir waren die ersten zehn Jahre unserer Karriere finanziell immer pleite. Das hängt mir heute noch nach, gesteht er.